Musik Musik Das Auflärmprogramm an mit dem Smoothie-Team Start! So, bitte, liebe Zuschauer! Kommt sich wieder an! Bravo! Super, Anna! So, es geht los! Wir beginnen mit der Siegerehrung des Kinderlaufs. Musik We'll keep on fighting to the end of the world. We are the champions! Eins, los! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Vielen Dank! Nur noch wenige Meter! Die 750, Vanessa Bidja! Und die 61, Anna Heber! Im Team! Die 700! Ich bin sẽ in Sniperer! Und an Sniperer! Und an Sniperer! Und an Sniperer! Und an Sniperer! Ich habe den Sniperen! Die Nummer 57, Platz 1 für Vanessa Pichler. Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und bitte einen großen Applaus für die Damen, für alle Teilnehmer und natürlich für die Damen auf dem Siegerprotest. Andreas Fink, Gratulation zum ersten Platz. Nun das Siegerfoto, Jugendlauf, Klasse 2 der Burschen. Herzliche Gratulation, euer Applaus für die Sieger. Klasse 1 der Burschen, Jugendlauf. Und jetzt wird es spannend, Platz 1, die 64, Erik Knopf, Gratulation. So, das waren die siegreichen Burschen und Mädels. Danke fürs Mitmachen, fürs Klatschen, aber es geht natürlich noch weiter. Einen recht herzlichen, schönen, guten Nachmittag allen Sportlerinnen und Sportlern, allen Besuchern. Freuen Sie sich auf ein schönes Event und hoffentlich nachher auf ein tolles Fußballspiel. Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute gekommen sind. Bedanken möchte ich bei allen meinen Helferinnen und Helfern. Ich hoffe, dass in Zukunft ein bisschen mehr Helferinnen und Helfer da sein werden. Und ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren, den Hauptsponsor der Raiffeisenbank und den Großsponsoren der Firma Billa, der Mandibitas, der Firma Versicherung Kares, Nikol Mai. Dann haben wir noch den Tourismusverband Murek, die Gemeinde Murek, die Stadtgemeinde Murek und Unika Martin Reichert. Das waren also unsere Großsponsoren. Ohne deren finanzielle Unterstützung wäre diese Veranstaltung nicht machbar. Ein Stopp, los geht! Eine Stunde, gute Reise! Eine Stunde, gute Reise! Eine Stunde, gute Reise! Eine Stunde, gute Reise! I keep on running, running from my arms One fine day I'm gonna be the one You can understand, oh yeah, I'm gonna be your name I'm walking to New Orleans I'm walking to New Orleans I'm gonna need to pair a shoe When I get through walking the blue When I get back to New Orleans I've got my suitcase in my hand Now ain't that a shame I'm leaving here today I keep on running, keep on hiding One fine day I'm gonna be the one You can understand, oh yeah, I'm gonna be your man Keep on running Und die Gewinnerin der Walking-Wertung bei den Damen heißt Sonja Rauch, herzlichen Glückwunsch! So, und nun der Sieger bei den Herren, bei den Walkern Die 404, Harald Scharnagel Herzlichen Glückwunsch! Und Platz 1 sicherte sich die 174, Maria Bein Herzlichen Glückwunsch! Siegerfoto, die Damen, herzlichen Glückwunsch! Christa Schär, Petra Kagel und Maria Bein Für den Tagessieger gibt es auch diesen schönen Glaspokal Hergestellt von Alexandra Kuletnik Sie überreicht den Pokal Herzlichen Dank! So, nun die Klasse Klasse 1 Der Männer über 10,2 Kilometer Klasse 1, die 3.16, Manuel Weber Danke an Martin Graub, Edi Barley-Hilsbrunner und Manuel Weber! Klasse 1, art von Tagessprile den Tagesschauver Vielen Dank.